Ob auf der Laufstrecke oder beim Workout im Studio, das Adidas Response Sleeveless Shirt punktet sowohl bei intensiven Einheiten als auch bei wärmeren Temperaturen. Adidas nutzt beim Shirt nämlich seine leichte Climberlight-Faser. Sie ist atmungsaktiv und transportiert deinen Schweiß von der Haut weg nach außen. Und mit seinem luftigen Schnitt macht es all deine Bewegungen mit. Zudem sorgt der Rundhaltsausschnitt für eine bequeme Passform. Mit seiner Vielseitigkeit kann das Adidas Response Sleeveless Shirt voll überzeugen. Du kannst es auch prima mit den anderen Textilen der Adidas Kollektion kombinieren, um deinem Outfit ein Update zu verpassen. Komm einfach in deine Runners Point Filiale und probiere es an oder bestelle es dir auf runnerspoint.com. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.